Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei GOP finden Sie täglich eine grosse Auswahl an Frischprodukten, wie zum Beispiel die Pfirsich. Hier in diesen sonnigen Pfirsichgärten werden sie gepflegt und wenn sie schön reif sind, sorgfältig abgelesen, damit sie so bleiben, wie die Natur sie hat wachsen. Zart, saftig und gesund, denn Pfirsich haben wertvolle Aufbaustoffe und Vitamine. Und schon sind Sie bei GOP bereit. Zarte, saftige Pfirsich zu günstigen Tagespreisen. Denn das ist das Prinzip, heute geerntet und morgen in Ihrem GOP laden. Gegen den grossen Durst empfiehlt Ihnen GOP Icedee mit Vitamin C und Zitrone. Icedee gibt es als Pulver, um selber anrühren oder fix fertig in der praktischen Pure Pack. Mit Eiswürfeln und einer Zitrone- oder Orangen-Scheibe serviert, ist Eistee eine herrliche Erfrischung für warme Tage. So und jetzt kommen noch die GOP Aktionen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Zum Anfangen der aktuelle Preisschlager. Bei GOP gibt es Bratpfannen mit Antihaftversiegelung Silverstone mit 22 cm Durchmesser für nur 11 Franken. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei GOP 2 Tauben Tommy Senf statt 3,30 für nur 2,70. 2 Tauben Tommy Mayonnaise statt 5 Franken nur 4,10. 2 Tauben Tommy Nesse statt 5 Franken nur 4,10. 4 Goldstachäsküchelis statt 2,85 für nur 2,30. Tonga Dusch, Sport oder Fit statt 2,95 nur 2,35. Fenial Dusch, Klassik statt 5,50 nur 4,50. Taiti Dusch, Sport oder Charme statt 3,60 nur 2,95. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag eine Schachtel an 10 Stück Importeier, Klasse A statt 2 Franken für nur 1,60. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!